Hi Leute und willkommen zurück zu China, Bridge of Spirits. Wir haben jetzt mal so eine Art kleinen Tempel gefunden, hier so. Sieht zumindest so aus, wir können aber erstmal die Kiste machen. Dann gucken wir, wie wir da, ja, den Lift irgendwie wieder heile kriegen. Vielleicht hier das ja. Ich flog's rüber, besiege 15 Feinde, bevor ihr Zeit abläuft. So, ja. Wie, ist ja viel zu groß, und so schnell zu schaffen, oder? Boah, keine Chance. Wie soll ich das denn machen? 15 Feinde, in der großen Zeit? Ähm. 15. Ich will nicht mal ansatzweise irgendwie 15 erreicht. Ähm. Ist auch wieder mit Bomben wichtig, oder was? Uff. Hm. Ja? Hmm. Ja? 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 1980? Ja? 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 Nein! Nein! Ich weiß nicht, wie ich sie sehen soll. Boah! Keine Chance! Oh, wow! Okay, das ist ein harter Brocken. 15! Ich hab ein paar Sekunden, aber die halten ganz schnell was aus, die Penner. Das ist das Hauptproblem. So komische Statue, weil die... Warum wächst da Holz aus der Statue? Das ist das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem. Hm. Hm, okay. Einfach akzeptieren. So, wir werden gleich wieder runterrennen. So. Oh. Wie kann es kommen? Oh. Autsch. Autsch. Autsch! Mann! Er kommt her. So, jetzt aber. Boah! Sehr geil. Was? Schon um? Alter, das ist ja heftig. Vielleicht könnt ihr ein bisschen sammeln jetzt, dass die alle zu mir kommen, aber... Boah! Hm. Ich weiß gar nicht, was es dagegen tun soll. Der Hammer ist schon geil. Der zerstört auch einiges, aber... Ich hab gar nicht genug Zeit. Ja. Hat er jetzt schon zu viel Zeit verbraucht. So, jetzt okay. Du kennstиля und Harge! Man bleibt ja nicht für blöd stehen und geht nicht auf mich zu. Meine Güte! Keine Chance. Oh, wow. Aber diese Zeitdinger sind echt heftig knapp bemessen. Ich muss nach unten. Ich habe mal die da. Oder das Loch. Ich sehe hier. Warum? Was? Sind beide ausgewichen? Ah, mies. Nein! Ach, komm. Ich fand das diesmal gar nicht so schlecht. Ach, das war echt knapp. So, ich denke aber ich muss trotzdem unterspringen. Weil es irgendwie wahrscheinlich ein bisschen besser ist. Oh, komm. Oh, komm. Ah, komm schon. Das war doch zeitlich nie was. Ah, das lief nicht. Das lief gar nicht. Hm. Wir haben leider auch noch keine Möglichkeit abzugraden, oder? Irgendwas cooles. Ich weiß nicht, ob das hier wichtig wäre dafür. Hm. Das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit. Leider kann man uns was leisten. Hm. Ha, ha, ha. Oh. Oh, stimmt. Die Bomben kann ich auch noch mit der auslesen. Hm. Die Bomben machen nicht genug Schaden. Das ist so mein Problem gerade. Oh nein. Warum nicht das nur noch so... Eine Minute für... Zu stark hinter. Oh ja, oh. Oh ja. Was ist das? Nein, nein, es ist keiner da. Das hat gerade so nicht gereicht. Mir fehlte eine Sekunde. Ich war schon bei 14. Ach komm schon. Das war jetzt echt knapp. Aber der Hammer ist richtig gut dafür. So, komm her. Jetzt mit Schluss spawnen wir noch ein paar mehr. Ah, shit. Oh, falsche Richtung, Kina. Ah, ich bin zwar nicht mehr da. Ah, ich bin zwar nicht mehr da. Ne, die Richtung hat ja gar nicht gestimmt. Ich glaube, ich habe zweimal irgendwie nicht richtig verschossen. Dem Hammer. Ach, komm, der eine Versuch war echt schon gut. So, wir müssen die Kiste stellen. Spannend wegschneiden ein bisschen. Ah, shit. Ah, okay. Komm, der hat wieder mal. Komm, ich bin jetzt schon zu langsam. Komm, der hat wieder mal. Komm. Einer noch, einer noch. Komm, Schott. Schlagging Tor. Alles gereicht? Oh, mein Gott, war das knapp. Oh, nice. Puh. Okay. Nehmen die Kiste stellen hat echt was gebracht. Das hat das bisschen... ...bereich, wo ich hier dann hätte vorbeilaufen müssen. Im letzten Jahr wegzukommen. Oh. Toll. Das ist nur für ein bisschen Geld. Enttäuschung. Schade. Da können wir was besser auskennen. Oh, komm. Geh auch mal. So, wie gucke ich jetzt da ran? Das Kleider hat jetzt nichts geöffnet dadurch. War schon fast klar. Die Kiste eigentlich immer separat ist. Falls die Events sind. Oh, ist das irgendwo anders? Aktivieren quasi. Dass es dann frei wird. So, hier war nur das. Da oben kann ich glaube ich... ...gar nicht so richtig hin, ne? Ne. Sind nur die beiden. Keine Stände, oder was das mal sein sollte. Das war's auch schon. Ja, aber glaube ich auch noch nicht. Wo bin ich von hier gekommen? Ne. Ich glaube nicht. Oder? Oder? Wo genau komme ich hin? Ja. Nö. Nichts. Schade. Es ist keine Musik im Hintergrund, so richtig still. So, das sieht auch richtig aus da hinten. Okay, können wir uns auch importen. Oben in der Schmiede. Oh, toll. So, jetzt können wir das Ende aktiviert, aber ich halte es da auch auf. Okay, was haben wir hier? Eine Kiste. Auch hier nur mit Geld, schade. So, und das war es jetzt hier? Ich dachte, hier oben wäre irgendwie Werkzeug. Leider, nein. So. Ich würde jetzt beide aktivieren. Alles leuchtet und so, aber... Okay. Was ist da rüber, oder was? Können wir es ja mal ausprobieren. Okay. 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 So, so kann ich den drehen. Vielleicht kommen wir dann weiter. Das kann natürlich sein. Alles. Ganzhaft. Toll. Ich bin gefailt. So machen, dann würde der vielleicht reichen, um das auszulösen, um da hinten hinzukommen, oder so. Oh, gut. Können wir es nochmal ausprobieren. Okay. Einmal da hin. Und da hin. Das ist immer noch nicht so richtig. Ich sehe, wie es da aus ist, aber dann kommst du nicht bis zum Ziel, Leute. Also hier vielleicht auch noch was drehen. Ne. Das sieht nicht so aus. So, hier kann ich drehen. Nur beide Richtern. Ich muss auch nichts anderes machen. Okay. Fachwasser. Okay, aber ich habe das ja nicht ganz verstanden. Ich habe das nicht verstanden, wenn es nicht geht. Ich bin echt hier hoch, oder so. Ich bin echt hier hoch, oder so. Was verlass ich denn gerade? Ich muss den explodieren. Das kommt nicht weit genug. Was finde ich hier noch irgendwas fehlt? Was fehlt denn? Hm. Ich will irgendwas anderes noch finden, was der hintragen kann, oder so. Kann ja sein. Ähm. Ja. Super. Tot. Wie sie gerade geschrien hat. Übel. Na gut. Äh. Hat nicht so funktioniert. Hm. Aber wo kommen wir von da aus weiter? Woher ich jetzt da bin? wo kommen wir hin? Ich kann ja auch mal hier verfallen. Ja. Ich kann ja auch mal hier verfahren. Ich kann ja auch mal haben. Oh. Zum Wohl. Okay. Wo genau kommen wir hier hin? Okay, da kommen wir. Ah, schön. So, haben wir noch irgendwas? Nee, nicht so richtig. Schade. Aber gut, versteckt muss ich sein. Kann man nicht anders sagen. Das ist gut versteckt. So. Noch irgendwas? Okay. What? Haha. So. Einmal nichts, aber... Schön. Ich kann nochmal meditieren. Dann machen wir das nochmal zum Schluss. Mein Leben ist immer gut. Kann spätestens von hier hätten wir das drüben gesehen. Aha. Das sieht schon ganz cool aus hier. So die Umgebung immer so schön gemacht. Okay. Mit hier im Wenden. Und dann genießen wir doch den Ausblick weiter und enden hier den Part. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So. So.